Fußball wird da gelebt, liebt, gehasst auch. Ich glaube, dass das aber auch nicht so weit entfernt ist von dem, wie es hier ist. Wenn die Schmeißfliege auf deinem Teller war, die halt mal rumfliegen, dann haben die gesagt, die wollen einen neuen Teller haben, weil man weiß ja nicht, wo die überall schon gesessen sind und so. Und ich habe die angeguckt und gefragt, ob die das ernst meinen halt. Weil ich mir jetzt selber nicht klein, aber erst mal nach oben geguckt habe, das ist schon eine Persönlichkeit auf jeden Fall. Das Trainingslager-Spezial präsentiert von der Nürnberger Versicherung. Servus, liebe Club-Fans. Eine neue Folge unseres Podcasts steht an. Allerdings keine, so wie wir sie immer kennen. Normalerweise senden wir ungefähr einmal im Monat eine klassische Ausgabe. Aber jetzt haben wir uns gedacht, fürs Trainingslager bieten wir euch drei Spezialfolgen. Ein kleines Update. Einerseits, wie es hier in Schaps in Südtirol läuft. Und andererseits haben wir auch immer einen Gast da. Und das ist jetzt in der allerersten Folge, freue ich mich sehr. Christopher Schindler, herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass Sie mich eingeladen haben. Sehr gerne. Jetzt ist es ja so, dass man im Podcast natürlich wenig sieht. Und wir sitzen hier in einer malerischen Kulisse. Vielleicht kannst du unseren Zuhörer und Zuhörerinnen einmal kurz schildern, was wir hier gerade sehen, wo wir sitzen. Ja, also wir können uns wirklich nicht beschweren. Wir sind hier gestern angekommen im wunderschönen Südtirol. Ja, alles voll mit, ich denke es sind Äpfel, die angebaut werden. Wir kriegen den Apfelsaft da ja auch serviert. Der ist wirklich, wirklich sehr gut. Die Landschaft, die Kulisse ist atemberaubend. Ich persönlich war auch schon ein paar Mal zu früheren Zeitpunkten hier mit Mannschaften. Und ja, ich liebe die Gegend einfach und freue mich, dass wir jetzt hier sind. Ich freue mich auch, dass wir hier sind. Jetzt ist es natürlich keine Woche der Entspannung, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen hier hart arbeiten für eine erfolgreiche Saison. Zunächst aber einmal vielleicht auch ein bisschen auf dich persönlich. Wie geht es dir jetzt gerade aktuell? Du warst ja auch lange verletzt. Wie bist du angekommen in Nürnberg? Erzähl mal so ein bisschen. Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, das ist auch für mich persönlich speziell eine spezielle Situation. Für mich geht es auch jetzt darum, in der Woche sehr viel aufzuholen. Mir persönlich geht es gut, dem Knie geht es gut. Die Verletzung ist soweit auskuriert. Aber wir haben natürlich schon im Hinterkopf, dass ich seit sechs Monaten jetzt kein Mannschaftstraining mehr hatte. Deswegen war es die ersten ein bis zwei Wochen so dafür gedacht, dass ich rangeführt werde an Zweikämpfe und so weiter. Das hat jetzt gut funktioniert. Körper hat am Anfang stärker reagiert. Jetzt ist es in Ordnung. Ich gewöhne mich immer mehr an die Belastung. Also wir sind auf einem richtig guten Weg. Und ich freue mich auch, dass ich jetzt hier dann hoffentlich voll angreifen kann. Ja, das klingt doch sehr gut. Einer, der da auch immer einen ganz guten Blick drauf hat auf deinen Fitnesszustand, ist einer unserer Teamärzte, Dr. Markus Gesslein. Und mit dem hat mein Kollege Christian vorher einmal gesprochen und generell mal für unsere Mannschaft ein Personalupdate reingeholt. Und das hören wir uns mal ganz kurz an. Die personelle Situation wird langsam immer besser. Alle Jungs sind gut drauf. Und viele der Preseason noch Angeschlagenen sind auf dem Weg der Besserung. Es sieht sehr gut aus im Trainingslager. Wir steigen in den nächsten Tagen ins Mannschaftstraining ein. Einige werden noch ein bisschen individuell trainieren. Den müssen wir beobachten. Aber wir sind guter Dinge, dass Ende des Trainingslagers alle an Bord sein werden. Also Schindler und Low Camper sind top drauf. Die führen wir jetzt langsam wieder ran. Natürlich so, dass viele von denen auch so ein bisschen den Trainingsrückstand ganz einfach hatten. Die sind jetzt rein medizinisch schon ausgehalten. Aber wir müssen jetzt eben noch ein bisschen individuell den Trainingsrückstand aufholen. Klar, wir haben noch Pascal Köpke mit seiner Knieverletzung. Das wird sich noch ein bisschen ziehen. Das wissen wir ja. Besorgen ist auch auf dem Weg der Besserung. Das wird wieder gut. Er hat ja auch ein paar Verletzungen hinter sich gebracht. Das muss man langsam ranführen und wir wissen in ein paar Tagen mehr. Schindler ist top drauf, sagt er. Mir hat am besten gefallen Preseason. Diese internationale Sprache ist nicht eine allzu große Umstellung für mich. Nee, aber ja, ist im Endeffekt das, was ich ja auch gerade gesagt habe. Im Moment geht es darum, diesen Trainingsrückstand aufzuholen und die ersten zwei Wochen haben wir jetzt dazu genutzt, ja, irgendwie mal langsamer ranzuführen. Und da jetzt das Knie auch Ruhe gegeben hat, können wir jetzt auch, denke ich mal, den nächsten Schritt wieder gehen. Und habe ich vorher auch schon gesagt, für mich ist es auch ungewohnt, so nicht mittendrin zu sein. Und deswegen kann ich es jetzt kaum erwarten, dass ich wieder am Platz stehe und volle Einheiten mitmache. Genau, mittendrin konntest du jetzt auch nicht bei den beiden bisherigen Testspielen sein, hattest aber den Blick von außen. Wie ist so dein Eindruck oder wie sind die ersten Eindrücke von der Mannschaft jetzt? Was hast du bis dann so gesehen? Ja, im Grunde genommen sehr gut. Ich glaube, ich bin jetzt persönlich einer, der Testspielergebnisse nicht zu hoch hängt, aber natürlich sind wir alles Fußballer. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man eine gewisse Mentalität entwickelt, eine Gewinnermentalität. Und dafür kann man die Testspiele sehr gut nutzen. Ja, mit einem überzeugenden 5-1 Zwickau und dann auch jetzt im Sieg gestern, wo speziell die erste Halbzeit sehr gut war, wie ich finde. Ja, auch positive Ergebnisse erzielt. Aber ja, natürlich haben wir noch einiges an Arbeit vor uns und es gibt noch viele Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Und dafür können wir jetzt diese Zeit nutzen, wo wir wirklich viel Zeit miteinander verbringen, wo wir auch aufeinander sind, sitzen und ja, auch neben dem Platz uns näher kennenlernen können. Die Zeit können wir nutzen, um das dann auch auf das Spielfeld mitzunehmen, dass wir wissen, welche Art Spieler spielt neben mir, welchen Charakter hat er, diese Dinge müssen wachsen. Und dafür können wir diese Zeit jetzt nutzen. Aber wie gesagt, ich finde, dass die ersten zwei Spiele vom Ergebnis her sehr gut waren und auch von der Leistung her ordentlich, mit natürlich aber Verbesserungspotenzial. Ja, du hast gerade jetzt den perfekten Übergang hingelegt mit dem Trainingslager jetzt hier wieder gestern in Innsbruck. Danach ging es direkt weiter hier nach Natschaps. Die Ankunft war laut. Es gab viele Fans, die vom Nachbarhaus den Hang hoch quasi runtergebrüllt haben und euch angefeuert haben, schon mal ein bisschen heiß gemacht auf die neue Saison. Dann war der Bürgermeister unter anderem von Natschaps hier. Also wie hast du die Ankunft hier gestern erlebt, in der Ortschaft? Ja, es ist natürlich so, dass der Ruf der Fans ihnen so ein bisschen vorauseilt, hier in Nürnberg speziell. Und ich habe es jetzt aber auch nicht so erwartet. War eine schöne Geschichte, denke ich. Haben sich dann auch von der Perspektive her gleich den Standpunkt geholt, dass sie wieder von oben herunter uns anfeuern. Es war eine schöne Geschichte. Wurden auch sehr nett empfangen vom Hotel, vom Bürgermeister auch. Und ja, man merkt, dass es ihnen wirklich wichtig ist, dass es uns gut geht, dass wir gute Voraussetzungen haben hier, um uns zu verbessern, um uns gut vorzubereiten auf das Jahr. Und von daher können wir uns, glaube ich, in keinster Weise beschweren. Das klingt gut. Gestern war die Ankunft. Gibt es direkt die Kritik vom Chef, vom Sportvorstand Dieter Hecking. Ich fand die Antwort top. War klasse. Gestern war die Ankunft, heute der erste Tag. Was stand auf dem Programm? Erzähl mal. Ja, es ging im Grunde genommen darum, dass wir jetzt mit der Anreise gestern, die ein bisschen länger war, und im Spiel auch, die Spieler, die verletzt waren, beziehungsweise Trainingsrückstand hatten, hatten dann parallel eine Einheit gestern noch in Innsbruck. Da ging es darum, dass wir heute ankommen, regenerieren auch. Das stand auf dem Fokus. Aber dass wir nicht ganz auf der faulen Haut liegen, war dann so, dass wir eine Krafteinheit hatten. Angefangen mit der Krafteinheit, dann sind wir übergegangen zur Mobilisation. Und am Schluss stand dann noch so ein bisschen Aqua, Jogging, Wasserball und Radfahren auf dem Programm. und ist für mich, ehrlich gesagt, ein bisschen ungewöhnlich. Aber ja, es war auf jeden Fall auch wieder ein Programmpunkt, wo man sich besser kennenlernt, wo man ja auch so ein bisschen Spaß natürlich, ein bisschen Lockerheit dabei ist. Du sprichst gerade vom Wasserball, oder? Das vor allem, ja. Mobilisation war für mich nicht so lustig. Das ist immer so ein bisschen eine Herausforderung. Kannst du einmal, was genau ist Mobilisation? Ja, da gibt es, also erstmal war Rollen, mit einer Rolle halt die Muskeln ein bisschen locker machen und dann halt auch Stretching dehnen. Und ja, meine Rückseiten haben schon ein paar Kilometer auf der Uhr. Das ist alles nicht mehr so geschmeidig, wie das mal vor zehn Jahren war vielleicht. Aber ist natürlich wichtig und das sind die Dinge, die mich dann vielleicht ein bisschen mehr herausfordern. Ja, aber es war gut und das Wasserball auch hat Spaß gemacht. Sollte nicht fehlen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen die Message, die der Trainer hatte am Anfang. bei aller Professionalität und Disziplin und allem Wettkampf, der herrscht, ist es auch wichtig, dass wir einen gewissen Spaß haben, dass wir gerne in der Mannschaft sind, gerne uns wohlfühlen, auch in diesem Umfeld, um dann letztendlich auch Höchstleistung zu bringen. Und ich stimme da mit ihm überein auch. Ich denke, dass es immer so ein gewisser Balanceakt ist und von daher können wir uns aber auch darauf einstellen, glaube ich, dass die nächsten Tage von der Belastung her deutlich höher werden. Aber als Einstieg auch mit dem Gedanken an gestern war, glaube ich, dieser Regenerationstag eigentlich ganz gut. Ja, klingt alles sehr gut. Mit wem warst du in einem Wasserball-Team und wie haben sich deine Kollegen geschlagen? Ja, wir waren Felix Lohr-Camper und noch bei mir Thailand, Thai, haben wir die Jungen vor uns hergetrieben. Ich glaube, 6-2 war es am Ende. Das war, ja, das war nicht so gut von so einem Gegner. Aber ja, was sollen wir machen? Wir hatten die Erfahrung, haben gegen eine Studententruppe gespielt in dem Fall. Ja, vielleicht werden wir das nächste Mal ein bisschen mehr gefordert. Können wir mal unsere Wasserball-Sportabteilung im Verein anfunken, dass die Gegner braucht? Ja, könnt ihr gerne machen. Gehen wir weiter. Chris, du bist im Sommer aus Huddersfield zu uns nach Nürnberg gewechselt. Ich habe, nachdem wir bekannt gegeben haben, dass du zu uns wechselst, selten erlebt in unseren Social-Media-Posts, dass so viele Fans vom abgebenden Verein drunter kommentieren. Hast du das auch registriert? Also da waren unfassbar viele Kommentare, die uns beglückwünscht haben zu diesem Transfer. Da gab es viele Vorschusslorbeeren. Wie hast du das so mitverfolgt? Also ich bin generell jetzt einer, der weniger in sozialen Netzwerken unterwegs ist. ich habe jetzt in letzter Zeit auch, glaube ich, das erste Mal wieder seit über einem Jahr was gepostet, weil es mir wichtig war, mich auch von den Fans so ein bisschen zu verabschieden. Es war eine sehr, sehr spezielle Zeit, eine Zeit, die auch mein Leben und das Leben meiner Familie verändert hat, das Leben auch vieler, vieler Leute dort berührt hat auf jeden Fall. Das hat man auch gespürt. Also es war auf jeden Fall eine besondere Bindung da. und deswegen glaube ich, das erklärt so diese Positivität, die dann auch in den sozialen Netzwerken halt war. Da hat auf jeden Fall das Positive überwogen. Aber ich persönlich halte auch davon jetzt nicht so viel, das jetzt mir persönlich zu sehr zu nahe kommen zu lassen, weil am Ende des Tages fange ich hier wieder bei null an und zur gleichen Zeit ist es natürlich schön, wenn man irgendwo weggeht, wo man eine tolle Zeit hatte und wo wirklich dann das Gefühl der Dankbarkeit überwiegt und keine, keine, dass man nicht bitter ist oder dass man irgendwelche Sachen hat, die dann, das gab es natürlich auch, die dann nicht so toll waren, aber für mich ist es so und für meine Familie auch, ich glaube, da kann ich für die sprechen, sind wir absolut dankbar für alle Erfahrungen, die wir dort drüben machen konnten, für die Erfolge, die wir feiern konnten, für die Misserfolge, auch die schwierigen Zeiten, die da waren, aber vor allem der Respekt und die Dankbarkeit, die mir persönlich, meiner Familie, der Mannschaft entgegengebracht wurde, das war, das sucht seinesgleichen. Also das hatte ich jetzt in meiner Karriere auch noch nicht so erlebt, aber ist natürlich sehr, sehr nah mit dem Aufstieg in die Premier League, in dem ersten Jahr Premier League, wo wir gegen alle Erwartungen oben geblieben sind, damit verbunden und das schafft natürlich eine spezielle Verbindung zwischen Fans und Spieler und ich habe es sehr genossen, ich habe es sehr genossen drüben und gleichzeitig ist es aber, glaube ich, für mich sportlich Zeit gewesen, nach was anderen zu gucken und auch für meine Familie auch Zeit gewesen, wieder näher an die Heimat zu kommen und deswegen musste ich auch nicht lange überlegen, als Nürnberg das Interesse bekundet hat, freue ich mich jetzt hier zu sein, aber ich bin mir auch bewusst, dass mir Vorschusslorbeeren oder irgendwelche Sachen, die in der Vergangenheit waren, nichts bringen, sondern man muss sich ja im Fußball immer wieder beweisen aufs Neue, weil es am Ende des Tages ein Tagesgeschäft ist und die Ergebnisse von der Vergangenheit nicht so viel zählen. Das ist meine Aufgabe jetzt und ich freue mich auf die Herausforderung und bin jetzt im Moment da auch dabei und merke im Moment auch, dass noch was fehlt, natürlich durch die Verletzung, aber ich freue mich, wenn ich spüre, dass ich jeden Tag eigentlich so ein bisschen eine Schippe drauflegen kann, dass der Körper sich ein bisschen besser regeneriert nach jeder Einheit und so, das gibt mir dann das Gefühl und auch die Kraft weiter durchzupowern. Man merkt dir auf alle Fälle deine Erfahrung an, also eine sehr gute Einstellung, die du da an den Tag legst. Jetzt haben wir mit dir hier einen England-Experten sitzen, so ein bisschen, gib uns doch mal vielleicht so einen Einblick, wie laufen denn die Trainingslager in England ab? Du warst ja mit Hallersfield sicherlich auch in dem einen oder anderen Trainingslager. Ist das vergleichbar mit beispielsweise jetzt unserem oder gibt es Unterschiede? Erzähl mal ein bisschen. Es ist absolut vergleichbar, weil wir damals ja mit David Wagner einen deutschen Trainer hatten, beziehungsweise einen deutschen Hintergrund und auch mit Jan Siebert waren wir in Österreich eigentlich immer. Das heißt, es war jetzt eher für die Engländer der kulturelle Schock, dann nach Österreich zu fahren. War ganz lustig am Anfang, weil ich halt natürlich aus München kommend dann nach Huddersfield gekommen bin und den Jungs dann erzählt habe, wie toll Deutschland ist und auch Österreich, die Ecken, die Alpen da und die ganze Gegend und ja, die waren natürlich Feuer und Flamme, das dann halt auch mal kennenzulernen von meinen Erzählungen und dann sind wir angekommen und sie fanden es dann doch nicht so cool. Die haben mir gedacht, ich war eigentlich ähnlich wie jetzt, mussten in den Staub fahren, sind durch die Landstraßen, Prärie gefahren und die haben sich gedacht, wo sind wir denn hier gelandet? Ging dann so weit, dass die nicht verstanden haben, wie man weiter essen kann auf einem Teller, wenn eine Schmeißfliege auf deinem Teller war, die halt mal rumfliegen in diesen urigen Locations, dann haben die gesagt, die wollen einen neuen Teller haben, weil man weiß ja nicht, wo die überall schon gesessen sind und so und ich habe die angeguckt und gefragt, ob die das ernst meinen halt. Also es war immer wieder so Situationen, wo man einfach gemerkt hat, dass es eine andere Kultur ist, aber über die Jahre hinweg, ich habe die englische Kultur leben und lieben gelernt. Das ist anders, ganz anders. Ich erinnere mich auch an einen Mannschaftsabend dann, wo wir eigentlich, wo wir eigentlich, wir waren, es war am Ende des Trainingslagers, wir waren alle sehr müde, erschöpft eigentlich und das war jetzt so der Abend zur freien Verfügung, sage ich mal und dann haben halt ein paar Jungs gesagt, okay, lass uns mal ein Bier trinken oder so, lass uns mal rausgehen, aber wir wollten gar nichts Großes machen, weil wir, wie gesagt, körperlich auch am Ende waren und ja, aus, ja, ein Bierchen an der, an der, an der Bar, waren es dann drei Leute, da waren es fünf Leute, dann sind, dann am Schluss waren es 30 und ich war mit irgendeinem Restaurant in der Stadt und ich erinnere mich noch genau, dann ist diese, ist diese ganze Einheit aus England auf einmal da gewesen, initiiert von drei Leuten, wie gesagt und die Leute sind wirklich stehen geblieben, weil die das, die haben so eine ganz andere Mentalität, die leben in dem Moment, die feiern sich selber auch und dann Sweet Caroline gespielt und alle am Mitsingen und die Leute sind wirklich draußen stehen geblieben und haben, wurden angesteckt von dieser Atmosphäre und ich glaube, das ist so ein bisschen die, diese englische Mentalität, dieses wirklich das Leben genießen und auch sie selber nicht so ernst nehmen und das ist auf jeden Fall was, wo ich am Anfang mir ein bisschen schwer getan habe, wo ich aber dann über die Zeit auch gelernt habe, wie die ticken und wie gesagt, auch absolut nachvollziehen kann und auch leben konnte. Das ist für mich eine sehr, sehr, sehr gute Kultur, ein sehr, sehr freundliches Volk auch, aufgeschlossen, hilfsbereit und das waren dann so diese Geschichten aus dem Trainingslager, wo man dann auch diese Momente gesehen hat, das ist das in Deutschland vielleicht so ein bisschen, ein bisschen, ja, disziplinierter, ein bisschen, ja, ernster alles und die Engländer sind da eher dann so, ja, offen, ja, laissez-faire so ein bisschen vielleicht und das war auf jeden Fall eine gute, eine gute Mischung, glaube ich, die wir dann auch hatten, speziell in den ersten zwei Jahren. Die Feier an den Engländern, die du gerade beschrieben hast, das sind dann wahrscheinlich ähnliche Szenen gewesen wie jetzt gerade bei der EM. Kann man das vielleicht so ein bisschen vergleichen? Ja, nicht ganz so ausgelassen wahrscheinlich. Wir waren uns da natürlich schon bewusst, dass wir, ja, natürlich eine gewisse Professionalität auch an den Tag legen müssen, aber absolut, ja, also die, das ist, England und Fußball gehören zusammen, Fußball wird da, ist da fast an oberster Stelle eigentlich und das wird gelebt, geliebt, gehasst auch. Ich glaube, dass das aber auch nicht so weit entfernt ist von dem, wie es hier ist, in Nürnberg speziell, aber es ist, es ist nochmal eine Spur anders einfach als in England, es ist Fußball, Spieltag ist Feiertag und wie gesagt, das waren fünf wunderbare Jahre, nicht immer einfach, aber auf jeden Fall eine Zeit, wo ich persönlich und meine Familie auch zusammen wachsen konnte und ich kann mich da nur wiederholen. Das ist was, was ich auf gar keinen Fall bereue, sondern wofür ich dankbar bin und ich habe auch noch zu Jungs Kontakt dort, den will ich auf jeden Fall halten. Das klingt gut. Du hast eben noch David Wagner angesprochen, deutscher Trainer, der Trainingslager in Österreich gemacht hat. Wir waren letztes Jahr auch, Sonnen gehen ja relativ spät los, ich glaube August rum waren wir dann und erst unterwegs auch in Österreich und waren in einem Teamhotel mit dem FC Liverpool und deutscher Trainer Jürgen Klopp, hatte ich da auch gesagt, ab nach Österreich und das war auch eine kuriose Trainingslager-Erfahrung, wenn man dann durch die Flure lief und auf einmal irgendwie Virgil van Dijk da neben einem stand oder Firmino oder... Ich muss aber auch sagen, ich hätte nicht gedacht, dass Jürgen Klopp so groß ist. Also ich war, in England gibt es ja die Tradition, oder vorm Spiel gehst du als Kapitän mit dem Trainer und dem Kapitän und dem Trainer der anderen Mannschaft zum Schiedsrichter vorm Spiel. Der erklärt dir dann, den Spielern am Spielfeld, dass sie einem aushelfen sollen, wenn sie mal, oder die Spielmitspieler schützen sollen, dass sie sie weghalten sollen und so weiter. Und dasselbe natürlich an der Seitenlinie. Ich glaube, mit Klopp hat man da wahrscheinlich ein bisschen mehr zu tun als mit anderen Trainern. Und da wird denen quasi dann gesagt, auf was geachtet werden soll, an der Seitenlinie und so weiter. Eigentlich eine Formalität. Und ich muss nur sagen, wo ich dann da drin stand und dann eher reingekommen ist, ich glaube, Henderson damals, die erst mal, ich bin jetzt selber nicht klein, aber erst mal nach oben geguckt habe, war schon, ist schon eine Prüfung, Persönlichkeit auf jeden Fall. Auch die Ausstrahlung, die er hat, auf jeden Fall beeindruckend. Ich habe gerade parallel gegoogelt, während du erzählt hast, 1,91 Meter hier im Klopp. Das war auf jeden Fall, hat größer gewirkt. Vielleicht ist er an Spieltagen auch noch mal, der hat sich so aufbauscht, emotional noch mal ein paar Zentimeter höher. Ja, oder ich war barfuß und er hatte irgendwelche Schuhe an. Das kann natürlich auch sein. Chris, dann kommen wir zum Ende, würde ich mal sagen. Steht noch jede Menge an für dich hier im Trainingslager. Bedanke mich auf alle Fälle für deine Eindrücke, für deine Erzählungen, für deine Anekdoten und habe dann noch den Hinweis für die Clubfans. Es lohnt sich auf alle Fälle, immer mal wieder einen Blick in unsere Kanäle zu werfen. Da bieten wir einiges an Programmen, sei es eine Zimmer-Duell-Challenge. Da kommen wir vielleicht auch noch mal auf dich zu, Chris. Es gibt Live-Talks. Wir haben heute Abend, das ist dann quasi, wir haben heute Sonntag, der Podcast wird am Montag ausgestrahlt, dann Teil an Duman, könnt ihr euch noch mal anschauen dann. Fabi Nürnberger sammelt fleißig Material für ein Trainingslager-Tagebuch, das wir dann in den nächsten Tagen immer mal wieder veröffentlichen, um euch auch so Einblick hinter die Kulissen zu geben. Es gibt Interviews, Text auf FCN.de, Basti mit der Club-TV-Kamera auch mal am Start. Von daher schaut da auf alle Fälle rein, da seid ihr bestens versorgt und zwei weitere Folgen wird es noch geben vom Podcast, dann nicht mehr mit Chris Schindler, sondern mit zwei anderen Gästen, aber ich verrate noch nicht, wer kommen wird. Der eine oder andere weiß es vielleicht auch noch gar nicht. Besser kann es gar nicht werden. Und ja, freue mich dann auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Danke Chris und Servus. Danke auch. Ciao.